Wir befinden uns hier in Afghanistan, Stadt Herat. Das ist die kleine, achtjährige Mahsa. Sie hat ein Problem, sie hat eine Knochenkrankheit hier. Und zwar sind hier Platinen eingebaut worden. Sie hat dort keinen Knochen. Es sind schon mehrere Operationen hier erfolgreich verlaufen. Und wir werden sie versuchen, im Ausland zu bringen, um sie, inshallah, erfolgreich zu unterstützen. Aber davor müssen wir Informationen von den Ärzten holen. Und ich hoffe, dass wir sie die nächsten Tage nach Ausland schicken können. Unterstützt uns bitte. Die kleine, junge Dame hat noch ihre Zukunft vor sich. Wir möchten ganz normal wie alle anderen jungen Damen oder Herren groß werden. Vielleicht heiraten, arbeiten, etc. Und das ist ein Hindernis für sie. Wie gesagt, manchmal wird der Arm richtig dick, sagt der Vater. Und lasst uns unterstützen, diese kleine junge Dame unter die Arme zu greifen. Dankeschön. Sie sagt, ich gehe wahrscheinlich nach Iran, um meinen Arm zu operieren. Und das ist ein Hindernis für sie. Sie bringen mit перекps变. Nachバaran ist dein отнош hier wrestle. Wir mögen ganz sagen, wir werden mit ihm sagen, wir werden mit ihmötet und mit ihm einverkanincluding tuberazione. Ich weiß nicht, was er mum caterν ist. Wie gesagt, dann geht's dir weiter. Gut, ich sowie welche Leute deine Treuheit kommendelist,